Oben links. Nein, da nicht hin. Weiter links. Nee doch, wieder ein bisschen rechts. Bisschen weiter nach rechts. Doch weiter oben. Nee, tiefer. Ein bisschen mehr rechts. Das sieht man doch. Sie stehen ja auf einem Stuhl. Das geht aber nicht. Schon mal was von Sicherheit am Arbeitsplatz gehört? Muss man ja immer alles selber machen. Immer alles besser wissen ist so old school. Sei nicht old school, sei Commit-Mensch. Gemeinsam für eine gute Führung.